Die Kamera läuft. Habt ihr als Kind auch von KIT geträumt? Also ich schon. Und wenn ihr da sehen wollt, wie ich ihn zum Sprechen gebracht hab, dann schaltet ein auf DMAX bei Helden der Hebebühne. Kamera läuft. Hallo, ich bin Andreas. Wenn ihr sehen wollt, wie ich KIT zum Sprechen gebracht hab, dann schaltet ein auf DMAX bei Helden der Hebebühne. Das ist ja schon gut. Das ist leckig. Das ist leckig. Das ist leckiger, schwarz und bunt. Das Gesicht auch manchmal. Habt ihr denn meine Abenteuer erlebt? Und ich bin auch froh, dass es nach der V weiter geht. Ich hab jede Menge Spaß. Das ist leckiger, schwarz und bunt. Was? Das ist leckiger, schwarz und bunt. Das ist leckiger. Das ist leckiger. Das ist leckiger. Das ist leckiger, schwarz und bunt. 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 Nein, das tut nicht weh. Komm her. Das habe ich extra eingestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017